Für mich ist unter Leuten der Ort, an dem ich in den letzten zehn Jahren gewohnt habe, in meiner Fantasie. Also ich kenne dort inzwischen wirklich jeden Kieselstein und jede Ecke. Es konnte vorkommen, dass ich meinen Mann gefragt habe bei einem Spaziergang, was macht eigentlich Linda? Und er mich dann anguckte und sagte, wer ist Linda? Woraufhin mir erst klar wurde, Linda ist eine Figur in meinem Roman. Mich fasziniert an der dörflichen Welt unter anderem das Funktionieren von Gerüchteküchen. Das spielt eine große Rolle im Alltag. Also man nennt es Dorffunk. Und unter diesem Stichwort reden Menschen weniger miteinander als übereinander und glauben hinterher auch immer, dass sie eigentlich alles mitkriegen, was so passiert. Wenn man aber genauer hinschaut, handelt es sich dabei eben gerade nicht um wirkliche Geschehnisse, sondern es entstehen innerhalb dieses Dorffunks Gerüchte, es entstehen Legenden, es entstehen auch Verleumdungen. Und es bildet sich auf diese Weise wie ein Netzwerk, wie ein Gewebe aus Geschichten und Erzählungen, welche dann wiederum die Handlungen und die Entscheidungen der Menschen beeinflussen. Und manchmal resultiert daraus eben auch Gewalt. Ich habe unter Leuten geschrieben, weil mich die Frage interessiert, wie Verbrechen entstehen, wie auch Kriege letztlich entstehen. Wir machen es uns in der Analyse oft sehr einfach und stellen uns vor, es gäbe gewissermaßen gute Menschen und böse Menschen oder normale und Verrückte. Und die Bösen und die Verrückten, das sind dann die, die die Verbrechen begehen, die kriminell werden. Es ist aber in Wahrheit so, dass fast alle Menschen auf der Welt nichts Schlechtes wollen, sondern etwas Gutes und dass trotzdem schreckliche Dinge passieren. Und genauso ist es auch unter Leuten. Niemand dort will etwas Böses und trotzdem geschieht es. T��의 Monifest ein Lieblings�제us 2. 1 2 1 2 2 3 2 3 Vielen Dank.